Hallo Elektronikfreunde, das ist der erste von mehreren Teilen zum Thema Stromlaufplan und Leiterplattenlayout. Ich fange hier natürlich mit dem Stromlaufplan an. Es geht darum, dass ich mal demonstrieren will, wie man so einen Stromlaufplan vernünftig zeichnet natürlich zum einen und nachher auch dann natürlich ein gutes Leiterplattenlayout dadurch, also da raus kreiert. Und um da keine lange Weile aufkommen zu lassen, habe ich hier einen Stromlaufplan von einem Netzteil, den ich von dem YouTuber MJ Lawton bekommen habe, beziehungsweise ich habe angefragt, ob ich den verwenden kann für sowas. Für so ein Video meint er, kann ich auf jeden Fall verwenden. Und hier ist also in der Mitte hier schon das Bild des Stromlaufplans abgebildet. Ich will da gar nicht darauf eingehen, es ist eben ein Linearnetzteil, sondern es geht hier jetzt darum, den erst mal hier in dem Fall in KeyCat mal zu zeichnen und daraus dann ein Leiterplattenlayout zu kreieren. Man sieht, ich habe hier schon so ein paar Bereiche markiert hier in Rot. Und da ist es so, dass ich dort andere Bauteile verwenden werde. Also hier sind ja ursprünglich vier Dioden verwendet worden. Da werde ich einen Brückengleichrichter nehmen, also ein Bauteil. Dann haben wir hier an der Stelle zwei Elkos, 2200 µ. Da werde ich vier Elkos nehmen, jeweils 1000 µ. Hier oben diesen 2N54-57 JFET. Da werde ich mir einen anderen irgendwie nehmen, den gibt es zumindest nicht mehr, der ist also veraltet. Hier drüben genau das gleiche. Bei diesen 2N2222, da werde ich wahrscheinlich BC337 nehmen. Hier bei dem BD140 und 2N3055, die habe ich ja beide eingekreist, also der BD140 bleibt. Bei dem 2N3055 werde ich den Tipp 3055 nehmen. Das ist der gleiche, hat bloß eine andere Häuserbauform. Und man sieht, ich habe es nochmal blau umrandet. Blau umrandet ist auch hier vorne der Brückengleichrichter. Das heißt, der Brückengleichrichter und auch hier die beiden Leistungstransistoren, die kommen dann auf einen Kühlkörper. Ich habe mich entschlossen hier auf der rechten Seite den Trafo hier. Da ist ein Trafo. Den nicht in das Leiterplattenlayout, also auf diese Leiterplatte zu bringen, sondern eben hier vorne zwei Schraubklemmen oder sowas zu verwenden. Und was habe ich jetzt noch überlegt? Achso, ich habe überlegt, dass ich im Prinzip alles hier in der bedrahteten Technologie aufbauen möchte. Das heißt, ich werde alles ganz normale bedrahtete Bauteile verwenden, ohne Ausnahme. Ja, und mehr ist im Moment erstmal so an Vorideen ja nicht zu sagen. Also man sieht aber schon jetzt anhand dieser Aussagen, man sollte sich, bevor man jetzt anfängt, hier da wild rumzuzeichnen, sich schon mal Gedanken machen. Also einmal natürlich, in welcher Technologie soll das jetzt aufgebaut werden? Wie groß soll das vielleicht werden? Welche anderen Komponenten sollten noch dazukommen? Hier in dem Fall ist es ja der Kühlkörper, den ich hier mit rein plane, in die Leiterplatte oder auf die Leiterplatte. Und das sind also so Gedanken, die man schon vorab, bevor man eigentlich hier zeichnet, haben sollte. Was ist noch zu beachten, beziehungsweise was sollte man sich eigentlich auch aneignen? Also man sieht es hier schon, hier um diesen Stromlaufplan, den ich hier auch gleich abzeichnen werde, ist ein Rahmen drumherum. Und wenn ich jetzt hier mal reingehe, hier unten in das Feld, da sieht man denn schon so ein paar Informationen, nämlich, ja, was es ist, also das File sozusagen, den Titel, da werde ich also gleich noch einen Titel reinbringen, die Größe, Datum, Revision oder sehr, ja, Versionsnummer praktisch. Hier oben kann man nochmal ein paar andere Dinge reinbringen zur Information. Das ist immer ganz wichtig, wenn man jetzt einen Stromlaufplan erstellt, dass man hier das Feld so einigermaßen füllt mit Informationen, damit jemand, der das mal in die Hand bekommt, gleich sieht, was es ist, von wem es ist, wann es kreiert wurde und welche Versionsnummer das Ding hat, also ob das uralt ist oder relativ neu. Das sind Informationen, die immer ganz wichtig sind. Ein weiterer Tipp, es ist ja jetzt so, ich habe ja einen vorliegenden Stromlaufplan, den ich benutze, ich habe mir den selber nochmal ausgedruckt und zwar deshalb, weil ich jetzt das Bild, was jetzt hier drin ist, wegschieben werde und ich werde dann immer auf den ausgedruckten Zettel gucken, wo da welche Bauteile sind. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn man jetzt also zum Beispiel eine Idee hat und man hat eine Handskizze von dem Stromlaufplan, die immer irgendwie da haben, dann kann man die gut abzeichnen und wenn man jetzt in dem Fall hier schon so eine elektronische Version hat, die auch einfach mal ausdrucken und wenn man das in ein neues CAD-System zum Beispiel eingibt, kann man die da durchaus dann einfach nachzeichnen. Ich habe jetzt zunächst erstmal hier so ein paar Informationen reingebracht, was ich gerade gesagt habe. Ich habe das einfach so mal reingeschrieben in den Titel-Linearen-Netzteil im YouTuber MJ Lawton und ich habe es bearbeitet 2021 und es ist die Revision Nummer 1 und jetzt werde ich zunächst einmal das Bild hier wegnehmen, weil es ein bisschen stört beim Zeichnen. Wie gesagt, ich habe es ausgedruckt und werde dann von da aus Schritt für Schritt die Bauteile hier platzieren. Für den Brückenleichtrichter habe ich mich jetzt entschlossen, hier diesen GBU 8B zu nehmen. Warum? Weil ich den auch hier habe. Den werde ich also hier erstmal platzieren. Und als nächstes den Tipp 3055 und zwar im TO2 47 Gehäuse. So, das sind schon mal zwei Bauteile, die ich jetzt hier auch speziell natürlich anders wähle. Als nächstes füge ich einfach die weiteren Bauteile hinzu, unter anderem jetzt hier die Widerstände. Und da mache ich das einfach so. Ich habe jetzt hier auf dem Plan, weiß ich gar nicht mal, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13 Widerstände. Ich platziere erstmal einen hier und kopiere den und im Anschluss daran, also wenn ich das auch bei den Kondensatoren und bei den Operationsverstärkern getan habe, dann werde ich die dann entsprechend an die entsprechende Position setzen und danach praktisch verdrahten. Man sieht, ich habe hier schon mal alle möglichen Bauteile einfach so hier platziert. Das ist natürlich noch nicht so, wie es sein soll. Worauf ich jetzt aber hinweisen möchte, in der Schaltung sind ja zwei Operationsverstärker, nämlich die LM358. Und da ist es ganz wichtig, hier in KeyCAD zumindest, ist es Unit A und Unit B, sind die beiden Operationsverstärker in dem LM358. Und was man vielleicht oft vergisst, der Operationsverstärker oder generell jedes IC braucht ja auch eine Spannungsversorgung. In dem Fall ist es hier Unit C. Das darf man in keinem Fall vergessen, weil sonst natürlich der Operationsverstärker keine Spannungsversorgung hat. Er wird später, wenn man das vergisst, natürlich eine Fehlermeldung bringen beim Electrical Rule Check. Aber ich will nochmal extra darauf hinweisen. Und ich nehme jetzt also hier den ersten und dann den nächsten, muss ich mal gucken hier, 358, Unit B. Und nochmal den auswählen, in dem Fall die Unit C, die Spannungsversorgung. Jetzt fange ich ein bisschen an zu sortieren. Das kann natürlich ein bisschen langwierig werden. Also für diejenigen, die das kennen, die können das natürlich jetzt auch gerne hier überspringen. Ich werde mal hier so ein bisschen gucken, wie es im Stromlaufplan hier die Sachen sind. Hier sind diese vier Elkos, die ich verwenden möchte. Dann haben wir als nächstes hier ein Lead, Vorwiderstand. Und so kann man Schritt für Schritt mal gehen und die, das war jetzt falsch, nochmal die Sachen hier in die entsprechende Position bringen. Ach so, was ich noch sagen wollte, ist hier, in der Originalschaltung ist ein 2N5457. Hier hat er gesagt, es ist ein veraltetes Bauteil, ein alter JFET. Jetzt habe ich hier erstmal einen BF245 platziert. Den kann ich, so wie ich jetzt das Datenblatt sehe, allerdings nicht verwenden. Da ist die Candy doch etwas anders. Ich habe ihn aber erstmal hier genommen, weil ich später nachher die Bezeichnung ändern werde. Es spielt ja hier im Moment keine Rolle, elektrisch gesehen, was das für ein Typ ist, sondern eigentlich nur die Gehäusebauform. Und da möchte ich nochmal speziell darauf hinweisen, also wenn Ersatztypen gesucht werden, da muss man sich mit den Datenblättern der entsprechenden Bauteile mal ein bisschen beschäftigen und gucken, was da so steht. Und dann notfalls etwas länger suchen, um ein entsprechendes Ersatzbauteil dort einsetzen zu können. Nichtsdestotrotz werde ich jetzt hier einfach weiter die Sachen so bewegen, wie sie hier in den Originalen etwa sind. Wie gesagt, es ist etwas langwierig, aber ich denke mal, das ist durchaus auch normal. Also man sieht, es dauert eben ein bisschen, um die Sachen erstmal so einigermaßen in die Position zu bringen, wie sie in dem Originalstromlaufplan ja vorhanden sind. So, ich habe jetzt hier die Bauteile so in etwa platziert, wie sie auch im Originalstromlauf zu hinnen sind. Und jetzt kann ich im Prinzip hier verdrahten. Und das dauert natürlich auch eine Weile im Prinzip, aber das haut so, denke ich mal, ganz gut hin. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich hier überall ran muss. Das ist etwas komplizierter in der Schaltung vielleicht. Und man sieht auch, dass am Ende, wenn man jetzt hier sowas zum Beispiel sieht, sollte man durchaus dann auch die Sachen wieder nochmal so schön gerade schieben. So eine Ecke oder sowas, wenn da sowas vorhanden ist. Ansonsten ist es einfach erstmal nur hier verdrahten. Und im Anschluss daran gucken wir uns das mal kurz an, wie das dann aussieht. So, ich habe jetzt mal die Verbindungen alle gezogen. Und ja, es würde vielleicht auch so funktionieren, aber es sieht einfach nicht gut aus. Beziehungsweise es ist kaum eine gute Struktur sozusagen dahinter. Das Erste, was immer wichtig ist, dass bestimmte Ecken vermieden werden. Also hier sowas nach unten, das ist immer doof, zumal man hier den Widerstand nach unten ziehen kann. Und dann kann man hier gerade rangehen in diesem Bereich. Das gleiche ist mit dieser Ecke hier. Was noch zu sagen, hier diese Verbindungsknoten, die könnten auch zusammengelegt werden. Hier ist auch so eine Ecke drin. An der Diode hier unten ist auch eine Ecke drin. Und so weiter und so weiter. Das ist das eine. Hier ist eine andere Sache. Hier geht eine Verbindung durch einen Widerstand. Das sollte man tunlichst vermeiden. Hier auf der rechten Seite an dem Widerstand auch. Und was noch viel gravierender ist, ist diese Verbindung hier unten, hier und hier oben. Das ist ja die generelle Versorgungsleitung hier. In dem Fall Plus und Minus. Da sollte man an allen Pins generell oder an allen Bauteilen, die da dranhängen, Spannungsversorgungssymbole verwenden. Und das werde ich jetzt als erstes erstmal machen. Das heißt, ich werde folgendes machen. Ich werde mir zum einen das Ground-Symbol hier mal nehmen und das dann hier überall erstmal platzieren. Da, wo es hingehört. Also das ist sozusagen Ground der Schaltung. Und wenn ich jetzt hier mal kopiere, dann kann ich also hier rangehen. Ich könnte aber jetzt aber auch hier oben schon an die Kondensatoren jeweils rangehen. Ich gehe aber erstmal hier unten ran. Hier auch nochmal jeweils kopieren. Man wird gleich sehen, warum das sehr sinnvoll ist. Denn, was ich jetzt machen kann, ich kann hier diese Linie, die dazwischen sind, entfernen. Und das ist ein äußerst wichtiger Punkt. Die Linien sind nicht mehr notwendig zu zeichnen. Was ist hier los? Ja, also die Linien brauchen wir nicht zu zeichnen. Und das andere ist, diese Ground-Symbole sind alle miteinander verbunden. Es ist übersichtlicher und vor allem kann ich gleich sehen, wenn ich jetzt also hier zum Beispiel an den Kondensatoren bin, wo sind die dran? Aha, die sind an Ground dran. Das ist äußerst wichtig, dass man, wenn man jetzt so einen Stromlaufplan erstellt, sieht, wo sind die Bauteile dran? Sind die an der Spannungsversorgung und so weiter? Oder sind sie im Bussystem miteinander verknüpft? Wie auch immer. Also, dass man möglichst schnell erkennt, wo hängen die Sachen eigentlich dran? Wo sind sie eigentlich verbunden? Das werde ich erstmal hier mit den grauen Symbolen machen. Hier unten noch, gibt es ja noch mehrere. Und hier oben, da ist im Originalplan plus 12 Volt angegeben. Das heißt, hier oben diese ganzen Verbindungen, die werde ich alle mit dem Symbol plus 12 Volt, das müsste es ja eigentlich auch geben, 12 Volt genau, hier das Symbol dann nehmen und dann praktisch hier heransetzen, überall. Und dann die Zwischenverbindungen, die hier dazwischen sind, dann wegnehmen. So sieht es jetzt aus. Man sieht, ich habe hier oben diese 12 Volt Versorgungssymbole dort überall eingesetzt. Man sieht also nicht mehr diese Verbindungslinien hier, was sehr gut ist, weil dadurch wird das auch etwas übersichtlich. Und als nächstes werde ich mich mal um diese ganzen Ecken hier kümmern, da und da, dass das alles so ein bisschen begradigt wird. So sieht es jetzt aus. Ich habe also einige Ecken hier rausnehmen können oder rausgenommen. Was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist hier die Begradigung hier von diesen 12 Volt Symbolen. Die sollten auch auf einer Linie sein. Ich werde hier bei den Kondensatoren das noch ein bisschen ändern, dass ich nur ein 12 Volt Symbol nehme. Und was man auch so machen kann, das sieht man hier vielleicht in dem Bereich. Moment, da muss ich erstmal hier rein. Das ist hier alles so ein bisschen gequetscht. Gut, das heißt, hier kann man mal ein bisschen nach rechts oder links die Bauteile verschieben. Und auf der Seite geht es eigentlich hier auf der rechten Seite. Da kommt ja nachher noch ein Anschluss ran für die Ausgangsbuchse sozusagen. Da sollte man dann sehen, dass man eigentlich das Ganze hier nochmal auf die linke Seite ein bisschen schiebt. Also wenn man sozusagen nochmal so ein bisschen Feinheiten macht, dann das so gestalten, dass es gleichmäßig verteilt ist vielleicht. Dass es gut übersichtlich ist, nicht zu gequetscht, aber auch nicht zu gedehnt. Und wenn man jetzt mit einem Blatt hier nicht auskommt, dann muss man eben auf ein zweites Blatt ausweichen. Das wäre also dann, wenn man jetzt also eine sehr komplizierte Schaltung hat oder mit mehreren Bereichen, analog, digital, was auch immer, dann würde man auf mehrere Blätter ausweichen. Aber hier werde ich erst mal ein bisschen noch hin und her bewegen, dass das alles ein bisschen gleichmäßiger verteilt ist. So, es ergibt sich jetzt hier dieses Bild. Das ist also hier auf einer Ebene. Allerdings kann man noch weiter ein bisschen das schöner machen, dass es einigermaßen gleichmäßig ist. Wenn man sich zum Beispiel hier diese drei Widerstände anschaut, dann könnten die eigentlich auf eine Ebene gebracht werden. Das sieht dann immer sehr schön aus. Ich mache das einfach mal hier horizontal in einer Höhe. Das macht sich immer sehr gut. Und dann sieht man hier drüben, der ist auch auf der gleichen Höhe. Also setze ich den hier zwischen auch auf die gleiche Höhe. Und so hat man nachher wirklich ein wirklich gutes Bild, Gesamtbild vom Stromlaufplan. Und wenn man das jetzt hier sieht mit den 12 Volt, kann man das komplett runterschieben auf die gleiche Höhe wie hier links, die 12 Volt liegen. Dazu muss ich natürlich hier die Transistoren nochmal ein bisschen runterziehen. So, hier auch nochmal. Und hier auch. Widerstand auch. Jetzt kann ich hier die 12 Volt genau auf die gleiche Höhe bringen wie die 12 Volt Symbole hier auf der linken Seite. Und so bekommt man das dann eben hin, dass es wirklich äußerst strukturiert erscheint und auch ist. Und so dass ein Fachmann da, wenn man da rauf guckt, immer gleich sieht, aha, das ist gut gezeichnet und vernünftig. Und man kann alles gut erkennen. So sieht es jetzt aus. Es sieht schon ganz ordentlich eigentlich aus. Ich will mir mal ganz kurz zeigen hier in der Mitte. Das ist dann der nächste Schritt, den man mal überprüfen sollte oder sich angucken sollte, ist die Beschriftung. Also dass man hier die Beschriftung mal so zieht, dass man es auch sieht. Das ist jetzt hier mal kurz hoch. Das war jetzt falsch natürlich. Ich muss das natürlich bewegen. Das ist die Field Reference. Genauso hier. Dass man später nachher wirklich die Werte und die Namen der Bauteile gut sehen kann. Das wäre also dann das Ziel. Das hier aus einer Kleinigkeit wird noch das hier ein bisschen verschieben gleich. Das ist das eine. Und dann das andere ist, was hier jetzt gänzlich fehlt, sind im Moment hier die Poweranschlüsse bzw. die Schraubklemmen. Da werde ich jetzt mal welche hinzufügen. Und zwar nehme ich in dem Fall diese Screw Terminals 1x2 auf beiden Seiten. Die muss ich hier noch hinzufügen. Einmal hier und dann hier auch auf der anderen Seite. Man sieht hier, es ist ein bisschen knapp. Also ich werde dann nochmal hier ein bisschen verschieben müssen. Ein bisschen enger gestalten. Hier vielleicht nochmal alles gesamt rüberziehen, dass hier der Connector auf jeden Fall dann auch gut Platz hat. So sieht es doch eigentlich schon ganz übersichtlich aus. Sicherlich gibt es da kleinere Sachen, die immer noch zu verbessern wären. Jetzt von der Positionierung. Aber ich lasse es erst mal so. Als nächstes ist es unbedingt wichtig, dass natürlich Namen und Werte vergeben werden. Und da geht man hier in dem Fall in Kiket auf Annotate und geht es also durch. Damit ist die Namensgebung erfolgt. Und jetzt kommen die Werte. Das heißt, ich muss hier immer für jedes Bauteil einen Wert angeben. Jetzt hier in dem Fall für J1 als Wert Screw Terminal ist ein bisschen blöd. Also mache ich hier mal den Wert auf AC Input. Dann weiß man, das ist also der J1 ist die Schraubklemme für den AC Input. Und so geht man jedes einzelne Bauteil, was noch keinen Wert hat, durch. Also bei den Kondensatoren zum Beispiel hier ist der Wert eben 1000 µF. Ich habe ja gesagt, die nimmt 4 mal 1000 µF und so weiter und so weiter. So gehe ich also jetzt jedes Bauteil durch, gebe einen Wert ein. Und dann ist der Stromlaufplan erstmal so eigentlich ganz gut gezeichnet. So, ich habe jetzt alles mal mit Werten versehen, wie man das hier so sieht. Allerdings muss man jetzt nochmal darauf achten, dass die Werte auch gut lesbar sind. Also hier in dem Fall bei dem Rückenleichtrichter werde ich den hier mal ein bisschen nach unten bewegen, den Wert und den Namen dazu. Das gleiche gilt natürlich hier für die Kondensatoren. Also das sollte man wirklich so machen, dass es überall gut lesbar ist. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist, speziell hier zum Beispiel bei den Kondensatoren. Das sind ja die Glättungskondensatoren hier hinter dem Brückengleichrichter. Wenn jetzt also hier eine bestimmte Spannungsfestigkeit erforderlich ist, sollte die auch mit reingebracht werden. Ich habe zwar hier oben nur 12 Volt. Ich gehe aber davon aus, dass es eigentlich mehr sind, sodass ich dann hier auf jeden Fall auch noch eine Spannung angebe. Das heißt, ich gehe hier nochmal in das Bauteil rein und sage dann hier zum Beispiel 10 µF und dann von mir aus 35 Volt oder so, dass man dann auf jeden Fall weiß, welche Spannungsfestigkeit hier in dem Fall gegeben sein muss. Und so geht man Schritt für Schritt durch. Das gleiche gilt übrigens auch hier. Ich will mal ganz kurz hier reingehen in den Bereich hier oben rechts. Da war im Original-Stromlaufplan, da war hier dieser 1 Kilo mit 2 Watt angegeben. Das habe ich hier gleich mit eingepflegt. Also da sollte man wirklich darauf achten, Spannungsfestigkeit, Leistungsangrabe oder so, sollte man in jedem Fall dann auch wiederum mit angeben. Auf eine weitere Sache möchte ich mal kurz aufmerksam machen. Und zwar betrifft es hier den JFET, diesen BF245. Im Ursprungsplan ist ja so ein 2N irgendwas drin, weiß ich jetzt nicht, hier dieser 54557. Und wenn man jetzt mal die Datenblätter vergleicht, dann stimmt die Pinbelegung nicht ganz, beziehungsweise der 245, da gibt es zwei verschiedene Styles, also Style 22, Style 23. Man sieht hier, bei dem ersten ist Drain die 3, Gate die 2, Source die 1. Beim zweiten ist Drain die 3, das bleibt und Gate und Source ist sozusagen vertauscht bei diesem Style. Hier ist es so, bei dem 2N 54, 57, Drain ist 1, Gate ist 3, 2 ist Source. Das heißt, die Anschlussbelegung von beiden hier, die haut nicht hin. Deswegen kann man folgendes machen. Man nimmt einfach ein Alternativ JFET noch dazu, um dann alternativ bestücken zu können. Hier in KiCat nehme ich einfach hier so ein NJFET mit der Anschlussbelegung DSG, so nennt sich das Ding hier. Man sieht auch 1, 3, 2, das entspricht dem 2N 54, 57. Und ich packe den jetzt einfach dazu. Ich muss mal gucken, wie ich den platziere, wahrscheinlich gegenüber hier und schließe den dann auch hier an die Pins 2, 1 und 3 an, so dass man nachher später im PCB dann die Möglichkeit hat, entweder hier so ein BF irgendwas einzulöten oder den Original JFET. So, die Alternative habe ich dazu gepackt, beziehungsweise habe an den BF 255 Alternativ geschrieben, als Text. Und hier ist der Original 2N 54, 57 zu sehen. Was jetzt noch fehlt, das hatte ich ja zu Anfang gesagt, ich würde gerne die Leistungstransistoren und den Brückengleichrichter auf einen Kühlkörper bringen. Ich habe jetzt also hier so ein Heatsing-Mima rausgesucht. Ich platziere den einfach hier, der hat ja keinen elektrischen Anschluss, aber so sieht man zumindest hier, dass er zu diesen Leistungstransistoren gehört. Ich werde nochmal einen Annotate machen, dass der durchnummeriert wird. Und hier werde ich die Sachen nochmal kurz verschieben, dass man das sehen kann. Also hier nochmal bewegen, den Namen, dass man hier einfach den als Kühlkörper sehen kann und damit sieht es schon mal ganz gut aus. Wenn man jetzt also denkt, dass der Stromlaufplan soweit ganz gut aussieht, dann kann man durchaus schon mal einen Electrical Rule Check machen, ein ERC. Der checkt also hier mit dem Symbol hier oben, ob da irgendwelche Fehler drin sind und zwar bezogen auf die Zeichnung, also ob hier irgendwelche Overlippings sind oder so. Und er bringt hier zumindest ein KiCat an, dass dort irgendwas mit den Power-Symbolen nicht stimmt. Also dass die irgendwie nicht angetrieben werden oder keine Verbindung irgendwie haben. Und hier in dem Fall muss man Power Flags noch setzen. Das Bauteil, was hier heißt Power Flags, das wird also verwendet, um dort hier an die Symbole nochmal ranzugehen. Das muss man beim Ground und auch beim Plus 12 Volt machen. Das ist hier spezifisch bei KiCat. Und dann sollte es eigentlich auch keine Fehlermeldung mehr im ERC geben. Ich verbinde das mir ganz kurz noch. Wenn ich jetzt hier ein ERC laufen lasse, nochmal auf Run, dann sieht man... Hier stimmt irgendwas nicht. Black ist an, können wir... Achso, das ist der untere Black. Ist nicht ran, offenbar. Ja, okay. Also nochmal hier ran. Nochmal ERC. Sollte eigentlich keinen Fehler mehr geben. Ja, jetzt gibt es auch keinen Fehler mehr. Damit ist jetzt erstmal, was die Zeichen betrifft, alles verbunden. Es gibt keine Fehler. Und jetzt geht es zum nächsten Schritt. Hier in dem Fall muss man natürlich zuordnen die Gehäusebauform. In manchen Programmen, wie zum Beispiel Eagle, ist es anders. Dort ruft man ein Bauteil auf, was schon ein bestimmtes Package, also Gehäuse hat. Hier ist es so, man muss im Prinzip die Zuordnung jetzt machen, indem man hier auf dieses Symbol klickt. Den Footprint muss man also hinzufügen. Dann lädt er die Footprints. Die ganze Library dauert einen Moment und dann kann man die Zuordnung zu den Bauteilen machen und gucken, auf welchen Footprint das basiert. Wenn man jetzt die Zuordnung macht, dann sieht man hier bei den 1000 µF, da ist noch nichts verbunden. Ich habe ja gesagt, ich mache alles in THT-Technik, also bedrahtete Bauteile. Und jetzt ist es ganz wichtig, diese 1000 µF 35 Volt haben ja eine bestimmte Größe. Ich will die auch stehend haben, nicht liegend. Und dazu kann man jetzt natürlich hier irgendeinen auswählen. Allerdings Vorsicht ist da geboten, denn ich kann jetzt nicht einfach den hier auswählen. Und zwar aus dem einfachen Grund, aber da viel zu klein ist. Also da muss man mal gucken. Ich gehe mal hier in den Footprint, wie er aussieht und in das 3D, in die 3D-Ansicht. Okay, da gibt es jetzt keine. Aber der Footprint hier mit 2,5 mm und einem Durchmesser von 5 ist hier zu klein. Also hier heißt es auch, immer wieder jetzt gucken in den Datenblättern. Man muss also schon mal gucken, bei verschiedenen Distributoren, wie groß sind diese 1000 µF 35 Volt zum Beispiel oder die 100 µF. Und dann entsprechend hier einen wählen, der dazu passt. Hier in dem Fall ist es so, dass ich mal geguckt habe, die haben meistens so einen Durchmesser von 12,5 mm und einen Raster von 5. Ich kann also hier dann das setzen für alle 4 Kondensatoren, also für alle 4 Elkos hier in dem Fall. Ich kann auch mal gucken, wie der Footprint aussieht. So sieht er aus. Ich weiß nicht, ob die hier ein 3D-Symbol dahinter haben. Die haben sie nicht. Also so muss man da auf jeden Fall vorgehen. Wenn man sich vertan hat, dann kann man das natürlich wieder ändern. Das ist keine Frage. Ich kann aber wirklich nur empfehlen, gut bei Standardbauteilen, wie irgendwelchen Transistoren oder sowas, hat man meistens eine Bauform. Aber gerade bei den Elkos, bei den Widerständen, teilweise auch bei speziellen ICs, Dioden und so weiter, Leuchtdioden, einfach mal gucken, welche Bauform man braucht. Und dann hier in der Liste auswählen, beziehungsweise bei anderen Programmen sich das entsprechende Bauteil dann aussuchen. Bei Eagle ist es ja so, dass man auch das Package dann noch später ändern kann. Das ist also auch kein Problem. Und hier kann ich eben diese Zuordnung dann auch später noch ändern. So, wie man sieht, habe ich jetzt alle Packages hier zugeordnet. Und ich will mal ganz kurz nochmal auf das Problem der Bauteile, Größen, Gehäusebauformen bei Kondensatoren, bei Elkos speziell mal eingehen. Und zwar habe ich ja hier ausgewählt für den 1000 µ diesen 12,5 mm im Durchmesser und Rastermaß 5. Da muss man auf jeden Fall, wie gesagt, im Datenblatt reingucken. Und wenn ich jetzt hier mal einen Auszug aus dem Datenblatt von Panasonic in dem Fall mal aufrufe, dann haben wir also hier unten links in der Tabelle diese 35 Volt 1000 µF. Da steht dann hier 12,5. Das ist also der Durchmesser des Bauteils. Es gibt hier noch andere elektrische Werte, die jetzt erstmal nicht von Belang sind. Also 12,5 ist der Durchmesser. Dann geht man hier oben auf einer anderen Seite im Datenblatt in die Tabelle, wo der Body-Durchmesser angegeben ist. 12,5. Dann hat man hier unten den Wert für diesen Pin-Abstand, für den Beinchen-Abstand, nämlich 5. Das ist also ganz wichtig. Man muss also da immer wieder mal reingucken, um wirklich zu überprüfen, dass die Bauteilegröße stimmt. Denn sonst kann ich dann später das Bauteil nur schlecht bestücken oder im schlimmsten Fall auch gar nicht bestücken, weil das einfach alles nicht passt. So, das ist also jetzt hier nochmal kurz der Ausflug. Die anderen Bauteile, da habe ich nochmal geguckt, ich habe den Heatsink, weil ich den vorher auch schon gesehen habe hier in der Library. Kann ich ja mal kurz zeigen, das ist so ein großes Ding hier. Den habe ich jetzt einfach mal genommen. Also so sieht der aus hier im 3D. und so weiter und so weiter. Ich habe bei den Widerständen 0, 2, 0, 7 Bauformen. Das ist eine Standardbauform bei den Widerständen. Und alles andere, ja, eben geguckt, was man da verwenden kann. Und jetzt kann ich das erstmal hier schließen, beziehungsweise sagen, okay. Und jetzt geht es weiter. Denn im Moment ist es ja so, der Stand, der Stromlaufplan ist gut gezeichnet einigermaßen. Die Package, also die Bauteile, Namen und Werte sind gegeben. Es gibt hier einen Text sozusagen, was es eigentlich ist hier unten und wer das bearbeitet hat. Ist also eigentlich erstmal alles vorhanden. Und als nächstes muss man hier in der Software zumindest eine Netzliste erstellen. Auch hier der Hinweis, in anderen Programmen ist es etwas anders gelöst. Meistens sind es jedoch Netzlisten, die erstellt werden müssen. Und in Igel kann man zwar direkt auf das PCB gehen. Da braucht man keine Netzliste zu erstellen. Aber hier muss man eine erstellen. In dem Fall, also gehe ich hier auf Net und generiere eine Netzliste. Die wird dann hier abgespeichert unter diesem Namen. Und damit ist erstmal die Grundlage geschaffen, dass das PCB-Layout nachher auch gut funktionieren kann. Es ist gut gezeichnet. Der ERC hat keine Fehler. Das ist immer ganz wichtig, dass der ERC wirklich keine Fehler mehr hat. Denn wenn der ERC einen Fehler hätte, dann ist dieser Fehler natürlich auch später im Leiterplatten-Layout da. Also da nochmal kontrollieren. Wenn man sich da nicht sicher ist, nochmal drüber gucken. Dann kann es eigentlich weitergehen mit dem Layout. Zum Schluss noch mal kurz eine Zusammenfassung hier, worauf es bei dem Stromlaufplan ankommt. Ich habe das mal hier kurz so niedergeschrieben. Vielleicht mal ganz kurz. Ja, der Stromlaufplan dient eigentlich der funktionellen Darstellung einer Schaltung und ist damit auch eine Dokumentation. Und im Vorfeld sollte man dort eben schon bestimmte Überlegungen anstellen. Ich habe das ja hier auch gemacht bezüglich der Technologien des Kühlkörpers zum Beispiel dann auch. Also für spezielle Bauteile und so weiter. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Schaltung schon abrupt sein sollte. Und dass man die Datenblätter nutzt. Dann sollte man darauf achten, wenn man startet, dass man erstmal einen Rahmen platziert mit Namen, Datum, Projekttitel und so weiter. Besonderheiten eventuell, wenn man jetzt eine weitere Version dort rausbringt. Natürlich sollte man standardisierte Symbole nehmen für verschiedene Bauteile eben hier. Und natürlich auch sinnvolle Symbole bei ICs. Das habe ich jetzt hier noch nicht gezeigt. Da komme ich in einem späteren Video mal drauf zu sprechen. Der Stromlaufplan sollte auf jeden Fall gut lesbar sein. Das heißt, man hat normalerweise links die Eingänge, rechts die Ausgänge. Darauf sollte man eigentlich achten. Alle Bauteile sollten Namen und Werte haben. Und noch weitere Parameter, zum Beispiel die Spannungsfestigkeit. Auch da gibt es noch weitere Sachen, die dort angegeben werden müssen oder sollten. Man sollte dann gegebenenfalls alternative Bauteile auch vorsehen. Das hatte ich ja mit dem JFET gemacht. Falls man ja dieses Bauteil nicht mehr bekommt oder doch ein anderes Bauteil verwenden möchte. Bei größeren Sachen sollte man Funktionsblöcke nehmen. Beziehungsweise die Schaltung in Funktionsblöcke aufteilen. Oder eben auch, wenn es gar nicht mehr geht, natürlich mehrere Blätter verwenden, wenn der Platz nicht ausreicht. Man sollte nur horizontal und vertikale Verbindungslinien zeichen. Auch sollte man darauf achten, dass die Verbindungslinien nicht über Bauteile gehen. Und auch die Verbindungsknotenpunkte gut setzen. Beziehungsweise auch darauf achten, dass, wenn dort kein Knotenpunkt ist, auch keine Verbindung besteht. Ganz wichtig ist hier der Punkt mit den Versorgungssymbolen. Das habe ich hier gemacht bei diesen 12 Volt und Ground. Und auch sinnvolle Netzsymbole verwenden. Dazu komme ich auch später in einem Video dazu. Versorgungspins dann natürlich bei den ICs nicht vergessen. Vielleicht nochmal ein anderer Hinweis zum Raster. Das habe ich nicht hier verstellt. Das ist auch ganz wichtig, da die Bauteile im Stromlaufplan auf einem bestimmten Raster basieren. Sollte man also das Raster hier nicht verstellen. Dazu komme ich auch nochmal zu einem späteren Video dazu. Wenn man es macht, kriegt man nämlich große Probleme gegebenenfalls. Hier auch nochmal ein weiterer Punkt, dass nicht verbundene Pins gekennzeichnet werden sollten. Beziehungsweise die sollte man sinnvoll anschließen. Auch dazu komme ich nun in einem späteren Video nochmal dazu. Zum Beispiel bei Gattern oder OPVs. Und zum Schluss nochmal den ERC durchlaufen lassen. Es dürfen keine Fehler auftreten. Und Warnungen, die da erscheinen, gegebenenfalls abarbeiten. Ganz zum Schluss nochmal. Nur durch einen übersichtlich gezeichneten Stromlaufplan wird es zu einem guten Ergebnis beim PCB-Layout kommen. Man kann sich das vorstellen, wenn man da so einen durcheinander gezeichneten Stromlaufplan bekommt, wird das PCB-Layout doch sehr schwer zu erstellen sein. Dies war nun der erste Teil zum Thema Stromlaufplan und Leiterplatten-Layout. Ich hoffe, es hat etwas gebracht dazu. Und im zweiten Teil geht es natürlich dann um das PCB-Design, um das Layout. Um es mal vorweg zu sagen, den Stromlaufplan abzeichnen. Das ist so zum Warmmachen und beim PCB-Layout ist doch sehr viel Kreativität gefragt. Also dann bis zum zweiten Teil. Tschüss!